Hallo, ich bin Oliver Minning, Immobilienmakler und habe nach langjährigen Erfahrungen 2021 mein eigenes Unternehmen gegründet, Minning Immobilien. Ich befinde mich hier in unserer Geschäftsstelle im Herzen von Hannover. Von hier aus sind wir für Sie in Hannover und Region tätig, natürlich aber auch über die Grenzen Niedersachsens hinaus. Für uns spielen beim Immobilienverkauf nicht nur Sachwerte eine große Rolle. Ein wesentlicher Bestandteil der Immobilie sind auch Ihre ideellen Werte. Sie prägen unsere Haltung, unser Handeln und machen unsere Beziehung aus. Es geht um Ihr ganz persönliches Zuhause, um Heimat, Familie, um persönliche Geschichte und vor allem um Vertrauen. Sie als Verkäufer legen Ihre Immobilie vertrauensvoll in unsere Hände. Wir finden den passenden Käufer, der dieses dann zu seinem Zuhause macht. Für diesen umfangreichen Prozess sind wir Ihre idealen Begleiter, die in jeder Hinsicht wissen, worauf es ankommt und Sie ganzheitlich betreuen. Manchmal werden ja auch Immobilien aus finanziellen, vielleicht auch aus familiären oder sogar aus Altersgründen verkauft. Wir stehen als Team Ihnen mit Herz und Leidenschaft zur Seite. Empathie, Empathie, Einfühlungsvermögen und Diskretion, das sind unsere Stärken, einfach von Mensch zu Mensch. Bei jedem Notartermin ist es immer wieder ein besonderes Gefühl, die glücklichen Verkäufer und Käufer zu sehen. Eine echte Motivation für unsere weitere Arbeit. Wir freuen uns auf Sie.